Musik Cynthia Rothrock ist wieder da. In ihrem neuesten spannungsgeladenen Actionfilm nimmt sie den Kampf gegen die Unterwelt auf. Musik Fight to win. An diesem Film kommt kein Action- und Karate-Fan vorbei. Musik Hand in Hand mit zwei außergewöhnlichen Polizisten. Sie beschützt sie eine Zeugin eines millionenschweren Raubes der New Yorker Mafia. Rasante Action, gewagte Stunts und perfekte Kampfszenen am laufenden Band. Musik Fight to win. Heißt Action, Stunts und Tempo total. Sintia, eine FBI-Agentin, trifft auf eine international gesuchte Killerin. Sie muss ihr ganzes Können aufbieten, um ihre Mission nicht zu gefährden. Musik Sintia Rothrock in ihrem bisher besten Film. Fight to win. Musik Sintia Rothrock in ihrem bisher besten Film.